Sonnenbrillen von Ray-Ban aber noch smarter? Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Max und wir sprechen heute über die Ray-Ban Meta Smart Glasses. Ich würde mich über ein Abo und ein likehaftes Video freuen und jetzt viel Spaß. Fangen wir mit dem Design und der Verarbeitung an. Das erste, was bei den Ray-Ban Meta Smart Glasses auffällt, ist ihr klassisches Design. Ich habe mich dabei für das Headliner Modell entschieden, weil ich die Brille mehr als Sonnenbrille nutzen möchte. Im Grunde sehen die Smart Glasses fast wie normale Brillen aus. Aber die Bügel sind etwas dicker, da die Technik ja irgendwo verbaut werden muss. Trotz des zusätzlichen Gewichts wirkt sie nicht zu klobig oder zu überdimensioniert. Im Großen und Ganzen ist sie eine typische Ray-Ban Brille, aber mit smarter Technik. Auch in Bezug auf Verarbeitung kann die Brille absolut punkten. Sie fühlt sich sehr hochwertig und robust verbaut an. Obwohl die Hülle der Brille nur aus Plastik besteht. Trotz des technologischen Innenlebens ist die Brille überraschend komfortabel. Sie passt sich gut an verschiedene Kopfformen an und bleibt auch bei längerem Tragen bequem. Die breiten Bügel fallen beim Tragen nicht störend auf und drücken auch nicht zeitlich auf den Kopf. Die Softwareintegration zwischen Smartphone und Brille funktioniert erstaunlich gut. Und die Steuerung über die Touch-Bügel ist intuitiv. Die Brille lässt sich einfach mit dem Smartphone verbinden und dort über die MetaView-App steuern. In der App können allerlei Einstellungen vorgenommen, ein Livestream auf Social Media gestartet oder Tutorials zur Einrichtung der Brille geschaut werden. Und die gemachten Fotos und Videos können in der eingebauten Galerie von der Brille heruntergeladen und direkt für die Weiterverarbeitung des Smartphones genutzt werden. Kommen wir zu einem der wichtigsten Features der Brille, die Kamera. Die Ray-Ban Meter Smart Glasses bieten die Möglichkeit Fotos und Videos aus der Ich-Perspektive aufzunehmen. Was besonders bei Aktivitäten wie zum Beispiel Spaziergängen oder Radfahren interessant ist. Allerdings kann die Bildqualität nicht mit der von aktuellen Smartphones mithalten, vor allem in schlechten Lichtverhältnissen. Ich habe dazu mal eine Aufnahme mit der Brille und einem Smartphone, also meinem iPhone 13 Pro, gegenübergestellt. Links seht ihr das Bild der Ray-Ban Meter Smart Glasses und rechts das vom iPhone, bei gleichem Bildausschnitt und bei gleicher Belichtung. Und was denkt ihr? Also ich sage, das Smartphone gewinnt eindeutig und das mit Abstand. Trotzdem gefällt mir der Ich-Perspektiven-Look der Brille sehr gut und dabei ist vielleicht die Qualität nicht unbedingt wichtig. Auch die verbauten Lautsprecher sind für eine Brille überraschend gut, bieten aber natürlich nicht die Qualität herkömmlicher Kopfhörer. Ich nutze die Lautsprecher meistens zum Podcast hören, wenn ich zu faul bin, meine Kopfhörer mitzunehmen. Im Alltag kann man die Sonnenbrille also sehr gut nutzen. Die Akkulaufzeit ist mit etwa 3 Stunden bei intensiver Nutzung begrenzt, was für einen ganzen Tag natürlich nicht ausreicht. Aber wer hat eine Sonnenbrille mehr als 3 Stunden am Stück am Kopf und macht dabei Videos? Also ich nicht. Kommen wir zum Fazit. Die Ray-Ban Meter Smart Glasses sind einfach mal ein ganz anderes Produkt. Im Gegensatz zu den 100 verschiedenen Kopfhörern oder Smartphones, die jedes Jahr vorgestellt werden. Sie kombinieren erfolgreich Stil und Technologie und sind im Alltag wirklich nutzbar. Allerdings sind die smarten Funktionen einfach noch etwas ausbaufähig und der Preis ist mit 360 Euro auch ziemlich hoch. Für Early Adopters und Technikbegeisterte könnten sie dennoch sehr interessant sein und auch wirklich viel Spaß machen. Das war es auch schon von mir. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao.